Vom Anbau bis zum Trinken. Ich bin Timo Seyer, bin zuständig für das städtische Weingut. Dadurch, dass meine Eltern in Frankreich gelebt haben, ist mir viel Wein in die Wiege mitgelegt worden. Wir können hier wirklich mitten an den schönsten Plätzen Stuttgarts in reiner Handarbeit Terrassenweinberge bewirtschaften, die es so sonst gar nicht mehr gäbe. Hier trifft sowohl dieses eigentlich normalerweise idyllische Ländliche, was wir vom Weinbau kennen oder von der Landwirtschaft an sich, auf diese Großstadt. Also es gibt verschiedene Weinbergstouren bei uns. An der Aussichtsplattform sehen Sie fast alle unsere Weinbergslagen. Sie stehen genau über der Mönchhalde, an der auch unsere Klanglese stattfindet, und den kompletten Talkessel bis hinaus, das Neckartal und zum Fernsehtour. Das Besondere an der Weinstadt Stuttgart ist, dass Sie hier direkt vom Weinberg in die Weinbar laufen können und sich so die Weinkultur vom Anbau bis zum Trinken verbinden.